ich hätte übrigens zeit gehabt heute jan okay die sind gestern alle ins a1 und haben sich besoffen das ist einfach asozial die so was für ihre bildung tun ganz genau als meine rente ich saufen gehen wird der jugend und die ersten die sagen bedingungsloses grundeinkommen kannst du denn eigentlich so auch so ihr pilze selber machen und so ja chemische also richtig selber wirkungen ziehen oder was möchte dass du was haltet ihr von jasnaya jasnaya nord soweit werden wir wahrscheinlich nicht kommen aber wir können versuchen ja gucken wie sie die allgemeine stimmung richtung jasnaya ist kann auf jeden fall ein abstrich mit der klobrille machen und kann dir dann sagen dass da jemand nicht runtergeklappt hat da muss man mit der frau noch mal schimpfen oder mit richard ich sehe da drei zu unserer linken vorsichtig optimistisch würde ich behaupten dass das die einzigen sind ja weil das jetzt nur noch zwei sind der dritte sicher ein bisschen war der wack ne ja der sieht nicht so aus als wenn der nach jasnaya geht und ich habe während ich zu denen geguckt habe komplett meine flugroute verloren ja das sind doch das sind drei die gehen aber eher im westen runter die gehen hier in den sexpack rein sage ich na ja ja guten die buden und die guten die wurden Allen Okay. hier ist noch eine zweierweste bist du neben mir oder wo bist du ja prinzipiell erstmal ja ich hoffe dass sie uns nicht allzu bald jagen warum ich habe mit silberner revolver 15 cent gegönnt oder deine bestie rastet ihr da aus jawohl hat einer seine kinder nicht im griff so hat sich er auch immer angehört nachdem er gegen die wand gelaufen ist aber ihr wisst auch hier ach jetzt habe ich die weste vergessen adhs ist wirklich schlimm gelb wie gesagt auf dem dach ganz oben nach jemandem interesse an einem red dot ne ich habe vor euch ab dem diner alles gelootet auf dem dach jetzt gleich da unten kleiner nach links hat schon jemand vision auf die post tiles die 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 in die Kommt jemand Interesse an da um? Nein, danke Oh, hier ist einer Aha Einer ausgibt direkt bei mir im Haus Komm Am kleinen Chat ist hier noch einer Ja Oh was, ich komme rechts von dir Direkt vor mir, direkt am Haus dran So ein kleiner Chat Wir brauchen noch ein bisschen Ist er im Chat drin? Ne, der ist woanders noch Der ist hinten bei dem Strommast oder so Oh, da läuft noch einer Einer ist im Haus ausgenockt 2,65 Ist der im Chat noch drin? Ne, der ist am Chat, hinterm Chat War er zumindest Am Strommast ist noch einer Glaube ich Gesehen zu haben Und einer ist von Nordwesten nach Südwesten gelaufen Aber von rechts nach links quasi Ja, hier vor mir in dem Sixer Ist unten einer reingekrabbelt Da wird der was so scheiße hingelaufen Ja, genau Was ist er denn? Du hast was, Cardi? Ja, ich glaube hier unten Links im Fenster ist er drin Ja, ich sehe ihn Einer nockt Warum pushen? Ja Die sind zu dritt, ne? Neuer Ich bin unten ausgenockt Hier, außen am Haus Einer kommt hinten bei mir rein Andere Seite Ausgenockt Einer ist draußen Bei der Das ist der, der rechts ist, ne? Den hast du ausgenockt Ja Ja, ja Okay Dann ist noch einer quasi Direkt parallel zu uns im Haus Was hat der? Ja, das war der ausgenockte Ja, ja Der andere ist wie gesagt Der kommt noch einer, wir sind zwei Ja, hier rechts von mir Komm Ist er in der Ecke? Ja Ich sehe seinen Schatten Ich habe ihn auch gesehen Mach mal ein bisschen Lärm, ja Komm, zeig dich Ja, er zeigt sich Tot, tot Sehr schön, sehr schön War es das, Bodo? Ja Er war sofort tot, ja Denkst du? Wenn einer noch 5 und 6er von denen hat Wäre es cool Ja, hier ist noch 5 und 6er Well played team Ja Hier sind noch ein frischer 2er heim Ja Im Haus Ja gut, das gehört Die Stadt jetzt von uns, ne? Ah Ohne nicht Wo war die 5 und 6er? Ähm Da hinten Vorne bei dem da Ja Da, wo du warst Ich dachte, das Der hat nix mehr Ah, ich komme hier nicht raus Hier ist kein Loch im Zaun Ah, gibt es hier irgendwo eine Garage Ja, ne? Hinten bei den Blocks war glaube ich einer Gehst du da hin Dann gehe ich dann in die Police Station Guck mal da Das sind zwei Spawns Hier im Diner warst du drin, ja? Ja, das, also Diner alles Von Diner nach links habe ich alles gelootet Gut Du bist fast für die Police Station Ich hoffe, hier treibt sich kein Spec Ops Greiner rum Spec Ops Greiner Jo, hier ist ein Datscher Okay, dann wollen wir durchgehen Ich habe nur noch 19 Schuss Für was? 5, 5, 6? Ja, ja Äh Können die 28 abgeben Bei mir ist ein Motorrad, ein Buggy Also passt Na, 48 Da habe ich zwei Max Ich gehe nur einmal schön durch Brauch jemand einen Kompensator für SR oder Bullet Loops für die K? Ja Leider nicht 2x2er Weste-Frescher Hier bei mir Alles noch intakt Kommst du hier an? Fertig Oder soll ich die Ur-Sammler? Hey Boah, die hat ja einen genialen Spray, ne? Welche So, du scheuerst mir jetzt bereits Zwei Energy Drinks Und vier Bandagen Ja, ich komm Oh Wie schnell er da runterkommt Alter, es ist so ein fettes Ding Das ist so ein fettes Ding Das ist so ein fettes Ding Das ist so ein fettes Ding Motorrad und es hat einen Wendekreis Das ist so ein fettes Ding Das ist so ein fettes Ding Achso, das Dreier? Ja Ah, das ist so fettes Ding Hetzend Wie müssen wir denn handeln? Oh, bis bescheiden Guck da, hier Das ist unser Ding, oder? Pfff! Wieso fahre ich überhaupt hier an? Ey, scheiß Third Person Weil du bist der Fahrer Weil du bist der Fahrer Nein, ich hab die Kontrolle verloren Oh nein, er ist mir nicht ausgehoben Ne Was sagt unser Sky? Och, no way! He's got ready Keine Sorge Rettung naht He's got ready Pass auf, da ist ein unsichtbarer Stein Danke Wollen wir uns mal schnell heilen hier oben? Ja Am Baum Ja, wenn wir hier stehen Brauchtest du jetzt den Kompensator? Weil du die Brüder führst schnell, oder? Ne Ich hab leider keinen Vorsicht mal an dem Gras Vorsicht mal an dem Gras Vorsicht mal an dem Gras Oh Da ist was Da ist was Oh ja, da fährt auch ein Motorrad Richtung Schweden Oh Pfff Hier in den Scheunen sind wir gleich Aber High-technisch Können wir nicht lieber in den Gras gehen? Oh, das ist süß Können wir uns eine geile Pose verschaffen Hier irgendwie sowas, oder so Oder so Hier Da ist mit Sicherheit keine Sau Ja Hier weg ich vor Nicht in dem Thorn Du kannst mit deinem Kind reden Das ist gut, Oberst So, hier Achtung Da vorne bist du so ein Dutch-Chef für mich, Jan Hier rechts Nein Nein? Ja, okay Jetzt schon, hier Da geht's In Heší In Heší Wenn es mir selbst Wann Wärst du nicht schlecht, Jan. Danke. Können wir uns auch mal hier in dem Farmhaus noch mal treffen? Jo. Boah. Neftig, ne? Du hast aber nicht geplant. Jo. Der Stuntner ist da. Ich hab mir noch was. Wenn irgendwo noch einer ein zweier Backpack sieht, würde Bescheid sagen. Ja. Einmal in general. Ich sehe einen. Norden. 20 Grad? Ja. Bei dem Kompon, ne? Ja, genau. Der ist da grad oben auf dem... Der will aufs Dach rauf. Der versucht auf die Tür zu klettern. Wollen wir töten? Ne. Der ist schon einer. Achso, der ist schon auf dem Dach, ne? Eine, eine ist schon. Wenn wir mit diesem Kompon sprechen. Wir, die klettern da auf die Häuser Dächer drauf gerade. Könnten uns aber ranpirschen und sie da oben erschießen. Die sind dann ziemlich ausgeliefert, ne? Aber wenn das vier Leute sind... Im anderen Dach könnten halt auch welche sein, ne? Da sehe ich aber niemanden. Die sind da... Aber die Balkontür ist wieder zu. Ja, der ist nicht hochgekommen. Der ist nicht hochgekommen? Ne, aber da war vorher schon einer auf dem Dach. Da kommt ein AirDrop vielleicht, eventuell. Will den jemand mit dem Motorrad holen? Auch eine Todesaktion. Das hört sich nach einem Job für mich an. Boah, der ist zu weit. Boah, der ist zu weit. Der hat zwei Minuten, ne? Der wird die ganze Zeit in einem Dach da stecken. Ja, die Frage ist wie viele, wenn es einer ist. Da ist einer auf dem Dach. Einer auf dem Dach. Ich versuch's mal. Wollen wir mal einfach hin und die machen? Ist auch keine schlechte Ecke, oder? Wollen wir mal auf die Zone? Die sind drin. Ja, nächste. Ja, da... Geh mal einen Hügel weiter vor und gucken wir das mal an. Wenn der noch mehr als einer ist. Na ja, der kann ja die ganze Zeit da unten liegen und gucken, ne? Ja. Auf dem hinteren Dach ist auch Bewegung bei 20. So ein bisschen das Laub durchgeguckt. Hm, also ein Squad. Ja, ich seh ihn. Ja. Ja. Oh, der ist ganz oben drauf. Ja, ich seh ihn auch. Sind aber wagemutig. Da sind zwei auf dem hinteren Dach. Und eine auf... Ne. Zwei Zweier-Helme. Wenn wir die ein bisschen ablenken, kann ich mich da ranschleichen. Dann kann ich ein paar Nocks machen, aber geh nicht rein. Das geht doch in die Hose, Dan. Das geht doch in die Hose. Das ist doch einfach. Das steht auf dem Balkon, ne? Nee, auf dem H... Auf dem Balkon. Doch, auf dem Balkon ist auch einer. Ja, und auf dem Dach da links, da oben noch einer oben drauf. Wir haben hier incoming. Oh oh. Von hinten. Du bist alleine, ne? Äh, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wo sie sind. Oh, ich kann von hier perfekt sehen. Schießen wir gleichzeitig, Ascali? Mhm. Er stand kurz still. Die haben gute Waffen, also aufpassen. Hast du Granaten? Nein. Ah, schieße ich. Ich seh einen. Drei Hits. Drei Hits. Drei Hits. Vier Hits. Alter, was? Dann von hinten, Cheaper. Der eine ist runtergesprungen. Ja. Der eine ist runtergesprungen aus dem roten Haus. Aus dem roten Haus nach hinten. Wir decken zwar noch den Arsch weg. Drei Leute jetzt an dem weißen Haus. Dahinter. Das hintere. Ja. Die Peeknummer oben raus. Kann sein, dass da von hinten noch was kommt, ne? Wie gesagt. Ist auch reingelaufen? Äh, ich hab nur noch 30 Schuss, ey. Was passt so? Für ein 26? Ja. Ich hab auch nicht... Ich kann ja nicht viel geben, aber... 10, 20, 30, danke. Äh, irgendwas für... Flinkonaten für mich. Kam die aus dem roten Haus? Äh, wir müssen uns, glaub ich, wieder zurückziehen. Macht keinen Sinn. Die können wir, glaub ich, nicht holen. Wir sind voll im Kreis, die Jungs. Einer ist auch im roten Haus. Bei diesen drei kleinen... ...horizontalen Fenster. Sicher. Der hat auch schon einen guten Helm gekriegt. Bandaging. Bandaging. Okay, das ist bestimmt nur ein Fake. Aber hier ist noch ein anderes Team. Da spielt uns in die Karten. Er ist oben auf dem Hügel, ne? Komm, wir pushen jetzt das rote Haus hier. Die sind mit Sicherheit jetzt nach vorne beschäftigt. Dran. Draußen ist was, Henry. Ist du da? Ich gehe rechts. Ja, von unten. Hier ist keiner dran, ist klar. Hier. Nein. Scheiße. Hier ist noch Munition, Jan. Ja. Einer war draußen noch am Baum. Einer ist hier bei uns im Haus drin. Unten, oder wo? Ja. Und jetzt weg. Oh, immer im Haus neben euch. Hätte ich töten müssen. Das rote bei... Hier, das orange, ne? Ja. Ja. Der dürfte doch nichts mehr haben. Bis hinten raus. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr los. Ja, die sitzen im Weißen. Das Weiße ist gut, weil der kann sich... Daneben mir ist auch noch einer in dem Kleinen. Aber die werden... In dem Kleinen? Das ist das Graue hinter dem Haus? In dem Rosane? Das ist direkt vor mir. Das ganz Kleine. Ja, der ist hinten raus. Oh Mann. Er kommt jetzt. Geht jetzt zum Weißen Garagenhaus. Ja, die, glaube ich, gehen alle da rein. Die sammeln sich da. Ja, er ist hochgeladen, die Treppe. Ich hab's gesehen. Einer ist unten. Cross. Das Rosane ist frei? Ich glaube ja. Einer ist hinten rausgelaufen, ja. Wo war da noch Muni für mich? Hab ich einen gesammelt? Ja, ich... Die sind alle da drüben. Mal ein bisschen was. Die laufen an den Treppen hoch. Ja, ich seh sie. Guckt noch hierher. Einer kommt jetzt. Einer kommt jetzt links von... Also an euer Haus. An euer Haus. Dreierhelm. Die werden gleich mit Granaten werfen. Ich auch. Dann kannst du so Third-Pass-mäßig in die Ecke gucken. Alter, komm schon in die Ersten. Das war mein. Auf der anderen Seite? Ist der auf der Seite hier? Hier liegt noch Munition, Jan, ne? Der ist bei... Bei Oberst auf der Seite, hab ich den gesehen. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist, ne? Geh mal hier oben raus. Eine Minute elf haben wir noch. Oh, wir müssen weg auch. Ja. Und weit. Hier unten im Haus bei uns. Was ist denn da drin, Jan? Ja, das... Den meinte ich. Der piekt am Haus. Habe ich ihm, äh... Habe ich ihm angeschenkt? Ja. Der ist direkt, äh... Rechts zum Haus. Direkt vor dir, Jan. Nein, der hat mich an. Komm, komm, komm. Schnell. 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 Jan? Jaja. Er sitzt... Rechts an der Ecke, rechts an der Ecke. Einfach ums Haus rum gucken einmal. Er sitzt da am Holzstapel. Schön. Hinten? Kannst du mich aufhängen? Wie ist es bei dir aus, Pirate? Komm da. Ich zeig euch. Wir müssen laufen eigentlich. Ach, da. Ich seh einen. Äh... 35. Wir müssen weiter, Jungs. Lass uns lieber abhauen. Nein. Dann ab. Oder... Nee, das war der nicht. Kann er einen mitnehmen? Ja, nehm ich mit. Bei uns. Hallo, hallo? Ha! Oh! Oh, das war's. Bin drin. Achtung! Ja. Ja. Ja, das überleben wir nicht. Nee, aber wir werden, äh... Ja. Sterben. Jo. Scheiße, ich hab zu lang gebraucht. Ja, ich schaff das nicht. Die Bandage ist nicht durchgegangen. Also, egal. Äh... Ne, ist zwar der Kerl. Alter. Schade. Ach. Ach. Ach, das war ein Fehler. War zu greedy wieder. Ja. Oh, was? Bist du raus jetzt? Oder was? Ja, eins kann ich noch. Ja, eins. Ja, eins. Eins. Ja, eins. Ja, eins. Ja, eins. Ja, eins. Ja, eins. Ja, klar. Ja, ich hab' 4.000 Euro für die Grafikkarte. Ah ja. Na aus mit dem Geld. Nee, nix na aus mit dem Geld. Haha. Ob 439 ist der super Preis, oder? Von FKA. Perfekt. Oder? Jo, du lässt ja doch eh nix an. Ich alt genug, mach was du willst. Hallo. Boah, die gäbts ab 25.05 da. Achso. Ja, das ist zu spät. Bei Pro Shop. Das wirkt seriös. Was haltet ihr von... Oh, ernsthaft? Du fährt? Okay. Wie aus? Dann muss danach aber auch eine schnelle Runde gespielt werden, ne? Ja, Jan hat's angesagt, ne? Ich möchte das nur noch mal kurz festhalten. Jan ist Prison Junkie, kann man sozusagen sagen. Echt, ja? Ja. Ist egal, wie viele Leute dahin springen. Liebt die Herausforderung. Okay. So, dann bist du also. Naja. Wie viel haben wir? Ja, ein Squad auf jeden Fall. Einer wäre ja noch okay, ja. Oh was, der ist links von dir an den Hallen. Der einer, den ich gesehen habe. Okay. Einer ist, glaube ich, in der Parallelhalle zu mir, was ziemlich schlecht ist. Ja, einer ist links von mir, richtig. Ich zap. Oh, nein. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Friendly, friendly. Karte, der ist. Karte, der ist Biest-Reggepp. Hinter die IT. Oh, oh. Nein. Beide versaut. Ey, du hast dich mit deiner Spitzergranate ausgenommen. Was ist? Meißchen! Oh Gott! Jawoll ey! Granate kann ich super! Ich hab's sogar noch geguckt! Ich hab's dann versaut! Bei noch? Beide da auf der Seite, einer rechts oder links? Hilft doch gut! Naja ihr habt euch gegenseitig getötet! Ja jetzt komm! Jetzt wollen wir nicht kleinkariert werden! Ich hab zwei Granaten gehabt, das war meine maximale Bewaffnung! Weiß jemand wann die Crates resetten jetzt neuerdings? Warum resetten die die die? Achso Eigentlich ist es doch Montags, aber ist irgendwie nicht mehr Montags Mann, Mann, Mann Ist das jetzt nicht seit neuestem so, dass es nicht mehr ein Crates reset auf Basis von Wochen gibt, sondern auf Basis von Tagen? Also sieben Tage immer dazwischen? Oder ist das Rumors? Ich hab nichts dergleichen gehört! Ich hab nichts dergleichen gehört! Wir haben wahrscheinlich die Blizzard Weekly eingeführt! Mittwoch morgen, 3 Uhr Reset! Ich hab nichts dergleichen gehört! Ich hab nichts dergleichen gehört! Ja, brah! Seppai ist fucking... Was? Was? Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, wollen wir das tun, oder was? Prison? Du könnt doch nach Lipovka fliegen, aber ein gewisser Herr. Machen wir einfach eine demokratische Abstimmung. Ja, drei bei Prison und einer bei Lipovka, dann ich bin auch Lipovka. Dann Lipovka. Gutes Gelenk. Da finde ich ja Koschinski geiler, muss ich sagen. Weil du da hast auch immer die Hütte am Brennen, aber die Chance, dass du eine Waffe bekommst, ist einfach höher. Wenn du gerade zwei Hallen durchlaufen, nix gekriegt. Das ist Pech. Aber dafür ist es hier schon übersichtlich. Wenn du Waffen hast, dann kannst du es gut callen, wo die sind. Ja. Eigentlich tendieren die immer so auf dieses große Haus zu gehen, wo man dann unten in den Hallen ist, kann man recht fein die ausspielen. Aber die hier ist etwas anders. Oh. Oh. Fallschaden. Oh. Oh. Ist da jemand hinter mir von euch? Ich bin oben. Nein. Oh, er boxt mich. Was? Zwei Schuss. Drei. Ich habe einen. Info, Info. In der Mitte. In der Mitte sehe ich. Okay, ja. Da komme ich jetzt mit der Pumpe nicht so gut an. Ich schiebe mal zu euch rüber, Jungs. Hat der hier was gehabt, endlich? Na, ranlackt. Genau gegenüber, Ascali. Ja. Hier ist noch eine 1er Weste. Oh, eine Granate. Die darf nicht in falsche Hände geraten. Aber es sei, dass er keine Munition mehr hat da drüben, oder? Brems wie ne? Vielleicht. Vielleicht. Ist dieses Haus ausführlich nach Munition und Helm durchsucht worden? Meins hier? Nein. Ich bin gerade gelandet. So, was? Wie viel haben wir denn jetzt down? Ah, hier. Guck doch mal. Jetzt kann es losgehen. Hier oben ist noch ein 1er Helm auf dem Balkon. Aber wie viel haben wir denn jetzt down? Keine Ahnung. Ich kann die Frage nicht beantworten. Hat jemand einen Kill? Ja, ich habe einen. Ich habe auch einen. Das heißt, wir haben noch zwei Gegner. Einer ist vielleicht bei mir unten im Haus. Das weiß ich nicht. Und einer ist dann da halt da drüben, ne? Also, ich bin bereit für... Ja, dann wollen wir hinten ums große Haus rum und... Ja, hier unten kann noch einer drin sein, ne? Oben ist auch jemand gelandet. War das einer von euch? Das war ich, ja. Ich bin ganz oben und ich bin oben auf dem großen Haus gelandet. Aber hier unten kann noch einer drin sein. Ja, dann klären wir das doch mal. Ich sehe einen, ich sehe einen in der rechten. Hier in der ersten rechten? Ja, ungefähr auf dem Mitte. Mitte der Halle. Ihr müsstet ihn sehen, wenn ihr hinten reingeht. Auf der linken Seite. Mitte links. Bei den Holzstapeln. Hab ihn. Ja, ich sehe ihn. Hab ihn. Instant? Ja. Sauber. Ich wurde gerade beschossen. Ja, oben, oben. Ich glaube, von oben. Am Rand, oder? Kann das sein, dass die außen am Krater sind? Oder im roten Haus? Guck gerade. Eine Waffe gehabt hier. BP. Ich glaube, war Schall gedämpft, ne? Ja, aber von wo? Ja, ich sehe ihn. Er springt runter. Er ist auf den Felsen. Er ist ziemlich fucked. Er kann da nicht mehr weg. Sag mal eine Koordinate. 165 Grad siehst du gerade nicht. Der hier vorragt, der Felsen. Der muss Holzfäderlage gelandet sein. Der sitzt da jetzt fest. Ja, er kommt runter. Er ist jetzt oben auf dem Plateau. Also da, wo du gelandet bist, Pirate. Mhm. Oben bei dem kleinen roten Haus, Jan. Okay. Aua, aua, aua. Immer noch da oben, ja? Beim Chat, oder? Irgendwo da. Ja, er steht hier ganz offen sogar. Bei dem kleinen Chat. Drei Hits. Kommt runter. Das war's. Game over. Tja, siehste, hättest du mal mit uns gespielt, hättest auch nicht lange gedauert. Hier, Pristen, alle überleben. Alles Profis hier im Werk. Wahnsinn. Und jetzt gehe ich erst mal mit dem Motorrad totfahren. Wahnsinn. Der Kfz-Vorlieben, irgendwie. Für B. Warte mal hier. Das ist Kadi. Ich schon. Das läuft so hart, ey. In zwei Runden, drei Team-Beschüsse. Ne. Vier. Vier. Sorry. Das ist offiziell. So, da ist das nächste Fahrverbot. Das ist der Kfz-Vorlieben. Ja. Fahr mal hier oben. Habt ihr den jetzt eigentlich gelootet da oben? Ne, wartet da links unten bei den gelben Häusern. Fahr mal nach links, da ist noch ein Buggy. Dann können wir die beiden holen. Hattet ihr den gelootet? Ne. Ich geh hier anholen. Dann hol ich den Teufelskerl. Teronimo! Komm, sag, dass es ein bisschen cool war. Ja, das sah schon ziemlich gut aus, ey. Danke. Und jetzt? Das ist ein sehr guter Bug. Ich komme mit dem Buggy angeheizt, der wird sich sofort auf den Boden. Fahr mal hier erstmal hin. Sofort in Deckung. Hier oben hoch. Oh! Ich hab's noch Bock! Dreh dich auch, bitte. Boah, was denn der Hangtreib. Siehste. Easy, oder? Ja, der muss sich auch drehen dabei. Warum hat er sich denn nicht gedreht? Was musst du ja nochmal drücken? Steuerung. Alt. Steuerung. Alt. Eins von beiden. Je nachdem, wie rum du dich drehen willst. Komm, wir machen uns schnell die Häuser hier durch. seid so profis aber es war jetzt nicht schlimm also verfürchtet dass ich das wir alle sterben gibt eine runde heilung aus sobald ich das finde nicht so dann will ich das jetzt noch mal versuchen da hat er gerade drei leute getötet steuerung oder alt sagst du okay und alt ist also welche richtung dann das weiß ich nicht okay kannst du kurz gucken dass ich ja wenn ich gestorben bin dass mich holt und kuh oder da wo du zu seite lehnen hast kannst du es auch noch seitlich ausweichen na falls nötig alter oder gibt noch einer direkt mal im doppelten gemacht so fahr mal hier noch rennen oder so oder hier wo ist denn dein hier was hast du orange 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 da habe ich ich habe keinen mark von dir drauf auch ja 30 25 mann 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 wir fährt irgendwas das hat nicht hier na negativ ne was kommt aus die poff Ja, sehr geil. Ich hab den Panzerplattenspieler. Bin bereit. Hier ist eine 2er Weste noch. Ascali, brauchst du die? Nein, nein. Okay. 2er Rucksack brauchst du noch, Jan? Nee, ich brauch nur einen 2er Helm oder eine 2er Weste. Ist da was bei euch gekommen noch? Nö. Nö. Okay. Bin auch ein bisschen enttäuscht. Ja, wir haben jetzt voll damit gerechnet. Doch, die Fahrer sind mit einem Datscher. Hinter uns kommt der. Die jagen uns. Macht euch bereit, wir locken uns zu euch. Und die haben uns überholt schon. Die sind geflippt. Ja, die sind geflippt. Komm, wir laufen dahin. Wir laufen weg. Die sind doch hier vorne, oder nicht? Da sind sie. Eine ausgenockt. Ja, die haben gutes Zeug. Nein, die haben mich. Damn. Direkt vor mir am Baum. Wo ich hingucke. Auch gut. Nach hin. Der kommt, der kommt. Steh auf, der auf. Pfeiße, ich wusste nicht, wo die waren, ey. Och, komm. Was ist der denn für einer? Der letzte. Das ist immer eine gute Quote. Ah, der letzte war es halt. Ach, fuck, potato, oder? Mist. Was ist der Rucksack noch bei mir? No. Oh, da müsste da auch noch einer liegen, oder nicht? 50 Sekunden noch. 50. Guck mal, der hat ja auch eine Fährte gelegt. Was ist er denn? Ach so, ja. Keine Extended gehabt, ey? Ne. Ach so, zieh. Keine, haben die keine Sniper Rifle gehabt? Ne. Ich hatte, hab ne, äh, AK und ne SCAR gezogen. Ah, hier ist noch eine Mini. Aber die will ich nicht. Keine Extended-Frage. So, komm, dann nehm ich das. Oh, hab sie. Dreierhelm lässt du hier drin liegen, oder was? Hab schon einen. So. Dann performt mal ab, Jungs. Das sind die Mini. Oh, die Zone kommt. Ja. Die dritte, ne? Ne, zweite erst, glaub ich. Mach dir locker. Ich hab'n Extended für dich eingesteckt. Ja, okay. Ein Drittel der Zone ist noch oben im Wasser. Der hätte sich auf Stalber zuspitzen. Ich bin immer noch glücklich über meinen doppelten Looping. Also das Spiel hat sich für mich schon gelohnt. Oben auf dem Berg wird noch geballert. AK hier. Die hole ich mir gleich ab. War da auch Muni bei? Jo. Hier ist noch ne Mini. Hab ich jetzt. Okay. Ach, ne AK. Ja. Ich krieg ne K. Ach so, Mann. Also nur das, nur das K. Wollte grad sagen, ey. Normalerweise stöhnt mir bei ner AK keiner so ins Ohr. Ja, weiter. Was hast du denn hier für nen Scheiß ausgesucht? Wieso? Wieso? Wir haben wohl nen High Ground. Ja, wir müssen weiter. Geh mal hoch nach Stalber oder was noch mal? Ja, wir gehen aber, ne? Dann war die Zune eben noch nicht so. Ja, du kannst nicht voraussagen. Geht so. Gut. Hier. 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 Junge. – Aye. Bei den Hallen hängt doch sicherlich einer ab Beiden muskulösen Helden machen sich auf den Weg Saurons Ring zu vernichten Feindliche Orksschüsse im Westen Dieser Drecksbaum hier, hab ich jetzt schon zweimal einen Herzenpack gekostet, fast Aber lass uns mal da nicht reingehen, lass mal drumrum, lass mal außen bleiben Also nicht hier in die Ruine rein Guck lieber von hier oben schön runter Aua Na hier verstaubt oder was? Kann bitte einer den Busch abreißen? Meinst du denn, dass da einer an Stauber drin ist? Weil du das gesagt hast? Ja, aber ich... Also auf jeden Fall Richtung Westen waren Schüsse vorhanden Kontakt! Ja, da ist einer Wo denn? Ja, geht nach rechts, genau vor hier Bei den Säulen Geht Richtung, wo wir kommen, Richtung Zonenrand Ja, ich seh ihn Seh ihn Ich hab'n Schully, ne? Also er weiß, wenn ich schieße Ja, dann Wenn ich ihn denn nochmal seh Feel free Ist er weg Er lootet noch Spätlooter Der alte Gierlappen Pusht da nicht so weit vor Third person ist oder kann ja hier im Stein sitzen Achja Kann ich sehen Ja, er geht nach hinten weg, IT Er klettert da rechts Weiter rechts Da, ja, da klettert er Kisten rum, kannst du aber grad nicht sehen Wegt sich also nach Richtung Norden Aber es ist ein Dacia, steht hier, ne? Hm Warte doch, sag einfach im Dacia auf ihn Wenn die Zone wegspringen hinter ihm bestimmt Nicht in Ordnung Nein, nein, die kann er zu Fuß gehen 200 Meter Ja, wir warten hier, glaub ich Oh, da ist eine AWM am Gang Beste Bruder Da ist er Er bewegt sich weg Er ist, ähm, ob sie ja genau die Richtung Okay Soll ich mal? Nö, nö, nö Nee, er ist in dem Turmring gegangen In diesem Aussichtszon Hat sich sogar ergeben, sorry Ich hab dieses Nö als Ja klar, natürlich, mach doch mal Interpretiert Da unten steht auch ein Buggy, links von euch Da unten an der Halle Ja, hab ich gesehen Ja, hier sind wir safe Mal dasgehend Scheint nur der eine hier oben zu sein Mal hier auf dem Warten Hier kommt was angefahren Äh, Südosten Ja Ah, die werden halten Ah Da kommt noch was Da vorne auf dem Stein, rechts Ja, hab ich gesehen Weiter rechts, ähm, weit hier Da sitzt Gegen ein Stück vor, dann siehst du was Die sitzen auf einer Klippe Richtung Westen Da rechts in der Klippe Ich bin so schlecht, ne Hab ihn Schön, schön Ja, da ist rechts noch einer Lass ihn Meiner ist down Ja, ich war das, ich war das Der ist nach rechts gelaufen Ihr seid noch rechts drin, ne? Wir müssen ein Stück runter noch, Jan, komm Ja, ja, ja Wir gehen zu dem Typ Oh, wo ist er denn? Oh, ich bin da vorne Direkt vor mir Der wird auch beschossen Von der AWM Komm, wir gehen links am Stein vorbei Der ist hier rechts hinter dem Brocken, der ist hier Der pusht hoch Schön, ist tot Nicht ablenken lassen Ja, komm, die Jungs hier Eigentlich echt unverschämt Ich hab übrigens noch Dein Extended Mag Und vor dir Vor dir ist noch eine Lootbox Ein paar Meter weiter runter Ja, ich wurde umschossen Kannst du noch eben Vorbeigehen Ich weg mich hier weiter Fühlt sich gut an, dass du da Mein Rücken weckst I try Die alle keine K haben Die alle blöd oder was Kommst du da runter? Naja, ich wollte nur mal gucken Ob hier noch einer Umschimmelt Oh Über uns, über uns Ich hab die AWM gefunden Ja, ich Ja, vergiss es Der ist noch am Zonenrand oben Irgendwo Der hat von der Von der Richtung Irgendwo auf ihn geschossen Hier nicht hoch Oh, Digga Das wird aber jetzt echt eng Du musst auf ein gutes Stück gehen Lauf lieber mal los Er auch Willst du dich lieber Längs rumcirkeln? Vorbei jetzt 200 Sekunden Rechts hin Pack die Waffe ein, wenn du laufen willst Da ist die Kiste noch Im Vorbeigehen Rechts von dir Rechts Rechts Ja, rechts Rechts Nee, scheiß drauf Okay Dann lauf von mir vorbei Ich hab auch ein ordentlich Booster Scheiß Da oben an dem Baum Muss er gestanden haben Ja Ja Ja, da schießt er ja noch Oh, das war eine Silence Der AWM Ja, ja Da läuft er doch Da vorne stand Das sind zwei Das sind zwei Einer am Baum Aber die werden dann beschossen Und da tiefer Die werden dann beschossen Die sehen dich auch nicht Ja Noch weiter längs Das sind drei Einer liegt in der Wiese Da ist jetzt hochgegangen Hast du gesehen? Ja, da hatte ich drauf Boah, wie er den auch weggesteckt hat Ja, war schön Gutes Spielen Schau Ich muss los Ja Viel Glück und viel Segen Auf euren Wegen Alles klar Ciao, ciao Danke für die Games Ciao Bernhard Servus Servus Wir machen jetzt aber noch eins, oder? Tippi braut noch zwei Minuten, hat er gesagt Guck mal kurz in den Kielschrank Dich Ja Vielen Dank. 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 Hast du es bis zum Ende auch geguckt? Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ich verspürt. Ja... guck, guck mal... ... 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